Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 und euerm Sony schweißgebig. Und wir haben uns heute wieder eine neue GTA 5 Challenge ausgedacht und zwar wer in 10 Minuten mehr Leute umbringt als mehr andere Spieler hier. Und einer. Und ich würde sagen die Challenge startet jetzt. Wir haben genau 10 Minuten Zeit. Und ich werde schon umgebracht. Ich werde umgebracht. Tobi Mann ich werde umgebracht. Was soll das? Genau da könnte ich immer durchdrehen alter. Tod. Tobi wurdest du umgebracht oder hast du? Nö nö ich hab beide gekehrt. Ja dann sag eins einfach. Eins. Komm da kommt der nächste. Komm. Komm doch du Muschi alter hast du keine Einer in der Hose oder was? Ja ich krieg nur auf die Fresse alter. Was ist das? Ich hab den so oft abgeballert man dreht durch. Ich hab ein Magazin auf den Gau. Ich hab da nix. Zwei musst du sagen. Zwei. Zwei. Zwei zu null steht's schon alter. Zwei zu null. Zu 4 zu 0 was geht mit ihr ab ah die Bullen sind wieder und stehst du liegen nein ich bin tot also 4 zu 0 also 4 zu 1 meine Entschuldigung naja ich lade es wieder ewig so wer ist nächstes Opfer ok du musst mitzählen wie viel du hast ich werde nur umgebracht was ist das denn ich habe keinen einzigen und werde nur umgebracht ich könnte schon wieder durchdrehen bei mir will keiner mehr kommen ich laufe alle aus so rum geil alter oh alter 6 nein ich habe 6 6 habe ich schon inzwischen Digga es geht voll ab alter ich muss nur gucken dass ich eben nicht meinen eigenen Mann schieße ne also 6 6 1 steht glaube ich jetzt oh das ist schaupein schaupein 1 komm wer will stress 7 2 2 kein alter ja da wurde ich von Bullen umgebracht 2 zu 7 alter ich könnte schon wieder durchdrehen ey 7 ja du hast doch 7 achso 8 ja 10 minuten nach 10 minuten ist es um der nach 10 minuten die meisten kills hat habe ich ja am anfang gesagt ich war so arm schon oh fehlt es war der andere Mann nein ich will den eigenen Mann abschieße 3 Polizei 8 nein ich bin scheiß Bulle 8 8 8 auch überfahren zählt oder? also hauptsache Gegner umgebracht ja ja also alles erlaubt wenn du nicht äh wenn es irgendwie illegal irgendwas macht so Hassbombe und so nicht langweilig Hassbombe und so nicht langweilig hehehe 4 4 hehehe von mir will irgendwie kein Gegner mehr kommen 4 aufpassen da sein eigener Mann nicht erledigt ne Auto erledigt ne ja so Polizei bitte los was ich hab keine Sterne ok so auch die komm bei dir Gegner bei mir laufen sie alle außer rum hehehehe komm ich nehm jetzt ein Auto ich glaub mir jetzt ein Auto ist mir scheiß egal komm bleib stehen komm bleib stehen ich nehm jetzt ein Auto komm geh raus so Achtung Mike ich fahr die Richtung ne 5 5 9 10 10 10 Tobi das wollte ich nicht zum Glück bin ich eingesteigt Entschuldigung 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 nichts passiert das wollte ich aber nicht Auto aim alter Aschen? ne 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 aber er hat mich fuck er zieht er zieht er zieht so Bulle das nervt 5 5 hab ich jetzt alter ich hab 10 komm Digga gib was Tobi du hast ihn ja nicht umgefahren oder 11 und tschüss heheheh hehehehe Dicker ausspringe komm Dicker steh auf steh auf steh auf 6 Alter ich sterb gleich ey alle aufmis F***s doch sucht euch dann nehmt der Mike heheheh halt's Maul alter hehehehe hehehehe Alter, ich hab 11, wie viel hast du, Scheiße? 6 hab ich Nein! Dreck! 11 Bei mir sind schon 8.31 vorbei, also von der TH Bei mir ist 8 Minuten 6 rum Wie viel hab ich gesagt? 11 zu 5, ne? Müsst ihr jetzt sein Ähm Ach, ist es dein Ernst, Alter? Ja Idiot Gesundheit 11 zu 5, ey, stehts grad Oh, scheiß Bots, fickt alles Crap! Ah! Ihr wisst nur Giles, Piance Das ist all you need to know So, turn with your radio We got it up loud It's Worldwide FM Music from Swindle, music from Manor Time for a trip Into the history books Into the heritage The music of Candido and Donald Byrne On the way, but right now This team is Tom Brown Der will nicht ab, verrecke, ey Also bei mir sind jetzt 10 Minuten von der Aufnahme her Bei mir noch nicht Oh Äh So Warte, jetzt Äh, ich hab schon 10 Minuten insgesamt auf der Aufnahme Ja, scheiß drauf, mach weiter Bei mir sind's nämlich noch 20 Sekunden, bis die Zeit rum ist Okay Also 11.05 steht jetzt, wenn ich richtig gerechnet hab Scheiß, Kops 11.06, Tobi Oh, okay Ach, was weiß ich 11.06, doch, stimmt, stimmt, stimmt Hab jetzt grad mitgezählt Scheiße, ich bin heute da neben der Kap Weiß Kops Ja, brems mich noch mehr aus, Alter Ich schieb dich jetzt weg, da So, einen bring ich mir noch jetzt um, es ist mir egal, Alter Auch wenn die Zeit rum ist Da rechts ist einer, rechts, 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 rechts Ja, ja Mit seinem pinke Auto, ist das dein Ernst? Komm, Mike Zwei gegen einen Warte Doch keine Chance, ey Jawoll, drehen, 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 drehen Jawoll Wicke, wicke 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 Damit würd ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder Macht's gut, bis denn Ciao Oh, oh Lass mich noch einsteigen, dass ich er weg kann Wicke Unfuß Wicke Wicke Wicke